Musik 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 So, alles Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute im finalen Liga. Das erste Mal mein Leben gestern war schon einen Tag da, extrem geil an die Trails gefahren. Zwei bin ich gefahren, am blauen. Obwohl ich sagen muss, blau da ist schwarz, feins. Danach bin ich an den schwarzen gefahren. Extrem krass. Und ja, heute ist Tag 2, Plenning Tag 1 natürlich nehmen wir ihn. Super Sache. Wow, Finale Ligaure, Tag 1 Oh nein, ich hab schon ein paar Engländer kennengelernt. Slow is a trail. Echt Tag. Echt Tag. Woooo, geht schon. Schaukt Tag aus wie es ist. Danke. Danke. Ein bisschen Schamperee auf der Trails. Ein bisschen Swiss Honey. Weitere. An der NATO Base geht direkt. Wups. Am zweiten Tag haben wir Shuttle genommen, hat uns aus der NATO Base die Shuttle war vom Camping und haben wir um 10 Euro gezahlt. Das war selbst mal aus, haben wir zuerst den NATO-Trail im Abzahn zurückgetreten und haben nachher ein Trails hinterlang genommen, um es mit mit uns zu essen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So, man sieht ein Problem. Per Finale ist, muss so auch passen. Auf dem Trails. Sonst. Was weiß ich. Oh, ja. Okay, ja. Wir sind am dritten Tag, um uns nachher entschieden, wieder ein Knoeanstieg zu treten. Wir haben unbedingt gewählt, einen Trails und langen Fischteforen. So nachher, vor Finale, Richtung Meer, links um, vom DH, um, ziemlich zartener Trail, extrem schien, wirklich fast dauerhafter Blick aufs Meer, interessantes Gelände, absolut zu empfehlen. Nachfrage, das ist die nächste Zeit. Nachfrage, von zum Beispiel Vachstum. Anfänger, von einem sampaikran, der ist ja so großartig, da ist ja so großartig, der ist ja so großartig. Dassel Teichai an der Daさん Oh, da ist jemand open. Yes, alles zu fahren! Boah, Degas! Am vierten und letzten Tag hab ich nämlich gewählt möglichst viel Downhill fahren sprich ich hab einen Shuttle genommen war finale Freeride hab ich eine geile Gruppe gehabt hab den Tag absolut genossen bin ich typisch im Klassiker gefahren und jetzt in die Videos zeigen extrem geiler Tag Alles ok? Ok 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 Oh Ok 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 Allobst Gerenc Tja, 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 Tja Tja, Tja, Tja Tja, Tja Tja, Tja, Tja Tja, 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 Tja Tja, Tja, Tja